ja herzlich willkommen zu einer neuen sims 4 folge ja da ich in den nächsten wochen ja die schwarze witwe challenge machen möchte dachte ich mir wir machen hier mal eine kleine baufolge und ich sehe gerade das grundstück ist jetzt nicht so super groß und ja ist jetzt auch nicht so schlimm ich habe hier hat vorher eine andere familie die hat da noch mal gewohnt die pancakes oder ich weiß nicht mehr ich habe keine ahnung ich habe die auf jeden fall rausgeworfen und ja hier die jahre einziehen lassen und ja jetzt machen wir uns erst mal so richtig gemütlich und ja die fenster ja und wir haben nicht sehr viel geld das ist ein bisschen wenig aber fürs erste wird es hoffentlich reichen so jetzt bin ich am überlegen was machen wir hier könnten wir rein theoretisch ein kleines wohnzimmer machen rein theoretisch ok hier das wohnzimmer dann würde ich sagen hier was könnte denn da hin entweder das zimmer oder die küche ich glaube hier kommt die küche hin dann kommt hier die wie heißt das das badezimmer und dann kommt hier das schlafzimmer von der jana und ich bin am überlegen ob ich vielleicht noch ein zweites obergeschoss mache die außen passade werde ich erstmal lassen das finde ich eigentlich ganz süß muss ich sagen und ja ich wollte jetzt nicht was war das nein ich will nicht die pflanze mitnehmen nein so ja ich wollte nicht das ganze haus so neu sanieren und sowas also nicht neu bauen und so das kann ich gar nicht gut ich bin im einrichten jetzt auch nicht so super gut aber ja irgendwas muss ich ja machen so womit fangen wir denn mal an also die fenster die finde ich eigentlich ganz in ordnung ich würde sagen die wände nein die wände gefallen mir nicht so womit fangen wir an mit wie wäre es mit dem wohnzimmer oder mit der küche egal ich fange jetzt erstmal mit dem wohnzimmer an wo man dann wohnzimmer wohnzimmer leute am besten nehmen wir erstmal eine tapete oder wie könnte das wohnzimmer aussehen ich finde das ganz ich finde das eigentlich in Ordnung aber ich möchte was anderes ich finde ja das immer ganz gut in grau vielleicht sowas nee das ist mir zu rötlich was gibt es denn noch was gebe denn hier noch purer ausdruck das ist nur weiß ich weiß nicht ich weiß da nicht ich mach das erst mal so ich mag eigentlich die farbe weiß ich bin am überlegen ob ich jetzt so einen kleinen durchbruch mache wisst ihr was das mache ich warte die tür kann weg ja die tür kann weg dann wo war das denn jetzt ich suche halbwände das ist doch vollkommen in ordnung oder ja ok hier muss jetzt nicht unbedingt eine halbwand sein tun wir die farbe jetzt nochmal wieder angleichen ja ja ich bin mir so unsicher egal wie machen wir denn die wände hier in der küche wie machen wir das wo war das fließen nein fels und stein ja das sowas finde ich eigentlich immer ganz schön das nehme ich glaube ich ja das passt doch super der boden ja den werde ich wahrscheinlich gleich auch nochmal ändern ich hatte ja eigentlich schon mal eine baufolge aufgenommen aber die hat über 40 minuten gedauert da darf ich mir auch nicht kommen keine ahnung ich brauche immer ewig lange dafür ja wie fange ich denn an küche küche nehmen wir am besten das billigste das graue hier ich habe immer so eine vorstellung aber kriege es irgendwie nicht hin wo könnte ich das ja das ist immer so schwierig vielleicht hier gucken wir einfach mal ja gut es ist das fenster im weg hier nochmal ich denke das reicht an platz ja das passt das passt dann backofen backofen nehmen wir auch mal den billigsten stellen wir den kurz mal hier hin dann brauchen wir noch einen kühlschrank auch den billigsten am besten in ja weiß weiß geht das kurz mal weg das hin der kühlschrank der könnte eigentlich hier hin ja das passt dann könnte ich hier einen Mülleimer hin tun Mülleimer komm nehmen wir den auch einfach mal ein weiß passt der denn hier rein ja das passt so was brauchen wir noch eine spüle nehmen wir einfach mal die hier direkt daneben ja ich lasse das jetzt ja die fenster ich finde die fenster voll schön guck mal hier sieht auch voll toll aus nee aber das passt jetzt nicht so richtig in die küche äh ich wollte das kopieren ich wollte nicht klauen hier so oder ja komm das geht so dann machen wir mal weiter hier ist das die Farbe ist das die Farbe ich weiß nicht ich meine das ist die hier jetzt sind die fenster so im weg das finde ich doof ich weiß nicht ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht so das fenster kann man hier weg vielleicht das weg ah ich habe immer so was problem ich brauche immer so ewig so was passt das so hin nein wo ist denn das was ich immer nehme das hier keine ahnung ist das hier nee wie teuer ist das 300 das geht eigentlich vielleicht so ach das passt sogar noch da drüber das ist doch wunderbar so das fensterstück na ich weiß nicht ich bin noch ein bisschen zwiegespalten warte mal dann mache ich einfach mal hier so einen Durchbruch dann geht das ich bin am überlegen nee vergess das das mache ich lieber ich habe nicht mehr so viel Geld vielleicht noch ein bisschen Deko Deko ich brauche Deko 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 ich gebe das einfach mal hier ein Deko 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 was nehmen wir denn was ist das Gewürzregal in bester Ordnung okay nee das ist zu teuer was ist das Gewürzkorb ja den stelle ich einfach mal da hin das ist aber mhm das ist so teuer das ist mir Hofstschale kann ich auch mal hier einfach hin tun so was gibt es denn hier noch dann gibt es hier noch sowas auch mehr Kaffee Kaffeemaschine Kaffeetische nein Kaffee ich will eine Kaffeemaschine doch gerne Tische Käfer ja genau ich habe es heute mit dem Schreiben Kaffee hier Kaffee mhm was nehmen wir denn da nehmen wir auch einfach mal das tun wir einfach hier oh das hat nur 50 gekostet ja läuft was ist das eine Mikrowelle ist das Mikrowelle ja die ist auch ja komm ich lasse das jetzt einfach so damit wenigstens ein bisschen Deko hier ist was ist das Törtchenfabrik oh geil das hätte ich auch mal gern aber jetzt erstmal nicht so wie war es oh ganz vergessen das zu ändern sieht da grauenhaft aus so mit der Küche bin ich eigentlich soweit fertig doch ich finde die eigentlich ganz in Ordnung für den Anfang na ich habe leider nur noch 3000 so Wohnzimmer Wohnzimmer mir gefällt der Boden irgendwie nicht so Boden ich brauche einen anderen Boden sowas finde ich eigentlich immer schön oder ich weiß nicht ich weiß nicht aber dann wenn dann überall oder ach Leute es fängt schon gut an habe ich jetzt überall ich weiß nicht ich weiß nicht ey so ein bisschen eng hier ne das ist ein bisschen eng das Bad ist auch sehr klein könnte ne das kann ich nicht verlängern verdammt ja so einen kleinen Garten hätte ich schon gern ne ich lasse das erstmal so das kostet sonst zu viel Geld ja ich glaube ich lasse den Boden erstmal wie sieht denn der Boden hier aus der Boden den finde ich grausam was hier hallo ey das Spiel will manchmal nicht so wie ich möchte was ist hiermit ja dann mach ich das einfach auch mal hier so oh 36 habe ich wiederbekommen sehr schön ja wie mach ich das das sieht so offen aus das finde ich eigentlich nicht so cool warte mal hier könnte doch eigentlich der S-Bereich hinkommen genau S-Bereich S-Bereich machen wir mal den S-Bereich zuerst dann könnten wir doch das Wohnzimmer eigentlich hier so machen ich brauche ja jetzt nicht so ein riesengroßes so Tische was mit Tische nehme ich denn ich hätte eigentlich so einen großen aber der ist voll teuer der hier ja der geht eigentlich ne warum nicht warum nicht ich finde ich finde hier fehlt irgendwas Buntes vielleicht mal so bunte Stühle was gibt es denn hier für Farben 80 gibt es hier wollen wir mal rote machen ich vertreibe es wieder nein Spaß ja rot passt zu weiß würde ich sagen ja ich lasse das erstmal so ja ich hätte gerne hier so ne Bar hingemacht aber die ist nicht gerade billig die kostet 700 hundert würde die dann hier hin passen nee die würde nicht hier hin passen ok ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ne Bar das brauche ich nicht so hm dann möchte ich noch mal nein ein paar von ich genau so wollte ich das ich möchte das ganz am Rand haben aber irgendwie klappt das nicht das finde ich nicht so cool sowas finde ich eigentlich auch immer voll toll das ist zu groß oder hm was ist hier ne das finde ich über ne was ist hier mit was ist mit der Stutt dort ich tue die Fenster eben mal weg wo war das denn jetzt hm da kann jeder reingucken das ist ja auch doof das ist auch doof muss ja nicht unbedingt sein so dann werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal soll ich da auch nochmal ne Halbwand machen ich weiß nicht kann ich denn das hier ein bisschen vergrößern nö irgendwie nicht das könnte ich aber vergrößern dann sind die Pflanzen weg ja egal dann sind die Pflanzen halt weg das passt das passt dann könnten wir warte mal genau da mach ich die da mach ich die Terrasse jetzt huch nein ich wollte die Terrasse größer machen so 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 komm das Fenster mal hier hin die Tür hier hin ja jetzt sieht das so doof aus wegen der Treppe könnte ich die da auch hin verschieben ich weiß nicht ich weiß nicht geht das ja könnte ich rein theoretisch machen ja jetzt ist es eine riesengroße Treppe aber finde ich jetzt nicht so schlimm das können wir eigentlich so lassen ich lasse das jetzt einfach so gut dann baue ich nochmal so ne Halbwand dann kann hier das Wohnzimmern Halbwand wo war das denn jetzt so ich bin manchmal richtig verwirrt ne so die möchte ich gern ja so passt das erstmal dann machen wir hier auch nochmal weiß und hier auch nochmal so hm gut jetzt können wir uns endlich mal ums Wohnzimmer kümmern Wohnzimmer wie wärs mit einer roten Couch Rote Couch auch ja ja das kann man machen so dann nehme ich nochmal das hier jetzt habe ich mich verklickt Mensch so ein bisschen hier hin okay jetzt passt da zwar kein Tisch mehr hin aber ist jetzt auch nicht so wild so nehmen wir wie viel kostet der eigentlich 500 dort ja ich guck mal wie das mit dem Geld passt für nicht kaufen uns einen anderen Fernseher doch mit der Küche bin ich eigentlich recht zufrieden ja ja ich hast ein paar Bilder werden nicht schlecht zu Kinderbildern nein danke nö lass mal nö lass mal vielleicht könnten hier ach so passt das doch kann zwar hier da reingucken aber ja gut ist ja die Sims weil es ja nicht so wild ich bin am überlegen ob ich da auch noch ein Fenster mache ja komm ich lass das jetzt erstmal so irgendwas fehlt hier finde ich ich hätte gerne einen Kamin aber dann ist das viel zu klein hier so Pflanze Pflanze ja so ein Kaktus ein Kaktus habe ich gesagt na das passt da nicht hin das ist doof vielleicht doch noch mal hier so ein bisschen könnte ich hier die Pflanze hin tun ja dann kann man hier noch so eine Mini Halbwand machen damit man das Sofa jetzt nicht so sieht ja 22 Minuten nehme ich gerade auf ist immer ein Fortschritt zu der letzten äh zu der letzten Folge ich hatte ja schon mal eine Baufolge aufgenommen das habe ich glaube ich auch eben schon gesagt die war über 40 Minuten das ging gar nicht so Halbwand ich brauche mal wieder eine Halbwand dann nehme ich die nochmal ja jetzt brauche ich eben noch die Farbe und dann nehme ich hier auch nochmal ja sieht noch ein bisschen leer aus aber das passt erstmal ähm war das nochmal Deko Deko, Deko, nein Deko, Elektronik nein war das ich gebe einfach Deko mal ein verschiedene Deko ja genau Toilettenpapier tun wir auch einfach mal hier äh ja ist immer ein bisschen schwierig brauchen wir denn Deko überhaupt im Wohnzimmer ich glaube eher nicht ich glaube nicht nee komm da nee ich mache ich bin am überlegen ob ich das nicht etwas größer mache ja okay ah meine Hand ist eingeschlafen verdammt so dann würde ich das Badezimmer auch ein bisschen größer machen vielleicht so ja oder na dann ist das Zimmer ein bisschen klein ja komm das muss erstmal reichen das muss erstmal reichen so dann erstmal hier wieder hier die Wand dann würde ich gerne hier im Bad Fliesen nehmen Fliesen wo sind die Fliesen wo war das denn ich hatte eine bestimmte Fliese die ich ja so eine Standardfliese könnte man natürlich auch anders machen ist ja was nee ist ja was anderes wo war das denn liebliches Duett nein 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 tapete nee ich will keine tapete ich suche irgendwas bestimmtes aber ich find's wahrscheinlich eben nicht irgendwie find ich das nicht was ist das hier nee wo war das denn tapete nein Fliese nein was ist das hier warte ich mach das erstmal so ich brauch eine Lampe 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 so äh keine Wanddeko ich brauch eine Lampe die muss auch schon äh ich verklick boah ich verklick mich die ganze Zeit was ist los bei mir verschiedene Lampen so 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 die hier ich weiß ja nicht mach doch komm ich mach das einfach mal hm ich find die Farbe warte mal welche Farbe gibt's noch weil ich find die Farbe eigentlich ganz in Ordnung dann gibt's die noch hm ne ich glaub ich nehm die in braun hab ich jetzt mal so beschlossen braun ja oder ja komm braun braun ist doch in Ordnung so dann die billigste Toilette ich muss ja noch mein anderes Zimmer machen so wo war das denn jetzt Toilette so welchen nehmen wir denn ja die in welcher Farbe in grün sollen wir die in grün nehmen nee das sieht doof aus das sieht tatsächlich doof aus wir können ja die weiße nehmen dann brauchen wir noch das billigste Spülbecken Waschbecken meinte ich natürlich Badewanne ich bin am überlegen ob ich noch direkt ne Dusche hole Dusche ich glaube ja ja komm nehmen wir das mal so so dann brauch ich noch mal eben genau das wollte ich haben mhm bisschen Deko muss ja auch sein ja keine Ahnung dann kann von mir aus hier noch so ein Wäschekorb hin oha ich hab nicht mehr viel ach du scheiße und dann noch so ein Handtuch und dann reicht das glaube ich ja das reicht erstmal oh ich brauch noch einen Spiegel ein Spiegel am besten einen weißen tun wir denn einfach mal dahin ja fürs erste ist das in Ordnung so jetzt brauche ich noch ja das sieht zwar noch ein bisschen leer aus aber das kann man ja nach und nach alles machen so welche Wand nehmen wir denn äh für das Zimmer von Jana naja das ist ein bisschen zu hell was ist hier mit ah das sieht doch das sieht doch schön aus so ein schönes helles blau nur weil sie schwarz angezogen ist oder grau muss es ja nicht heißen dass sie ein schwarzes Zimmer haben muss sie sieht halt gerne nur schwarz an so dann wo war das denn oha ich nehm schon 30 Minuten auf verdammt ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen ich hab ganz die Zeit vergessen so ein billiges Bett das hier ja komm das nehm ich das sieht voll schön aus oha 493 noch das ist nicht besonders viel ich brauche leider noch ein bisschen na das ist jetzt alles zu teuer verdammt nehm nehm ich das weiß nee das hier so dann noch noch eins geht das ich weiß nicht ja fürs erste geht das erstmal so dann wie wärs mit ne schön blauen Uhr ne das sieht doof aus hm wie wärs mit der hier die ist aber braun was gibt's denn hier noch so viel Farben ja weiß was ist das für ein weiß da komm tun wir die einfach mal hin und dann vielleicht noch so ne Pflanze die mag ich ja eigentlich immer ganz gern boah ich hab nur noch 13 äh Leute ich glaube ich muss den Fernseher verkaufen damit ich mir den anderen und kann den billigen ja gut PC hätte ich jetzt eigentlich auch gern aber erstmal nicht wo war das denn jetzt Fernseher ja komm der ist doch voll süß weil wir brauchen ja natürlich noch Geld zum Kochen und sowas ja die Außenpastade wie sieht die aus ja die Farbe ist jetzt nicht unbedingt meins aber das geht fürs erste und dann würde ich sagen sehen wir uns bei der richtigen Challenge der Schwarzen Witwe wieder sorry dass ich grad zu viel Pause gemacht hab ich hab kurz was überlegt und ja wir sehen uns dann bei der richtigen Folge und ja ich weiß nicht wann sie kommt ich schau mal ich hätte natürlich erstmal gern das Freunde fürs Leben Pack dazu brauch ich aber erst Internet und ich weiß nicht wann ich das kriege ich hoffe mal im Juni eigentlich sollte ich das ja im Mai bekommen aber hat sich irgendwie äh bisschen verzögert aber gut ja wenn euch das Haus gefallen gefallen habt oder ja keine Ahnung gefällt halt mein Gott meine Sätze manchmal egal wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ich hab mich jetzt so oft verabschiedelt bis dann Leute ciao tschau 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 tschau